Moin Moin liebe Instagrammerinnen und Instagrammer, jede Menge News wieder bei uns im kleine Bergland auf dem Roten Berg bei die Kölzen ist dummerweise ein Motorrad umgekippt und im Beiwagen saß ein Hund. Ist aber nichts passiert, keine Panik, schauen Sie mal bei uns rein. Es gibt wieder Live-Musik in Eiffel, da wurde es auch langsam mal Zeit. Und was haben wir noch vorhin? Ach ja genau, in Göttingen ist es im Moment nicht möglich den Gänselieselbrunnen zu küssen. Warum das so ist, fahren Sie bei uns, schauen Sie mal rein.